Gäste gegen 10 Doch dann stellt sich raus, man, sie will nicht zu mir Doch weil sie mal da war, blieb sie auch ihr Charlie, gute Nacht, habe ich bei mir gedacht Sowas gibt's nur im Roman, also dann Charlie, gute Nacht, habe ich bei mir gedacht Das ist mal ein schöner Traum Morgens gegen 8, hat sie Kaffee gemacht Sie war noch da, na 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 Und der hat mich schnell wieder munter gemacht Ja Gott sei Dank, er ist nicht krank Und ich fragte sie, wo sie herkommt eigentlich Doch das ist noch eine Geschichte für sich Charlie, gute Nacht, habe ich bei mir gedacht Sowas gibt's nur im Roman, also dann Charlie, gute Nacht, habe ich bei mir gedacht Das ist mal ein schöner Traum Schöner Traum Sie heißt Schewitschen und ist abgehauen Denn mit den Zwergen So kann sie vertrauen Da hat es nicht mehr richtig hingeholfen Und darum bleibt sie bei mir Charlie, gute Nacht, habe ich bei mir gedacht So was gibt's nur im Roman, also dann Charlie, gute Nacht, habe ich bei mir gedacht So was gibt's nur im Roman, also dann Charlie, gute Nacht, habe ich bei mir gedacht Das ist mal ein schöner Traum Schöner Traum Die Schade, die Schade, Obe Die Schade, die Schade, Obe Die Schade, 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 die